Willkommen zurück zu Counter-Strike Glow Offensive. Heute eine Runde mit dem V-Land, dem alten Splasher. Und wo gehen wir denn hin? Gehen wir B? No, no, A-Long, A-Long. Lass mal, lass mal lang gehen. A-Long, alle lang gehen. Okay, der will dann L-Long gehen. Ich hab die Tech-Nine, denn einige, wie gesagt, haben die ja reingeschrieben Tech-Nine. Ruhlt. Darauf höre ich jetzt einfach mal. Ich wurde vom... What? Was ist das denn? Der lebt noch. Was ist das denn für eine Todesflugblick? Holy shit. Die L-Land, los. Recher mich. Das ist mein erstes Game heute wieder. Guck mal, der T-Eagle, der hat mich nämlich gekillt. Der sich nicht schämt. Die erste Runde ist immer so super important. Wir haben die Gegner nicht lieber. Oh mein Gott, der Luke-Fister. Alter. Oh Gott, der hat echt zwei Leute noch abgerippt. Er, obwohl die zu viert waren. Aber gut, ich mein, der, ähm, Dings hat mich ja auch gekillt, ne? Echo, don't fight. Der, äh, komische T-Man. Der T-Eagles, da, dieser Helium-Mann. Aber wie schnell der mich gekillt hat, hat mich grad echt überrascht. Ich glaub, der hat diese P-250 gehabt. Ne, der hat die P-57 gehabt. Sorry for Teamkill, it wasn't a meaning. Sorry. Okay. Ich bin ein bisschen nötig, ich bin. Boah, wenn das ein Flash gewesen wäre, ich hab schon gedacht. Let's get flasht. Let's get flasht. Fuck, einer hab ich das gekriegt, aber... Das ist dann immer ein typisches 3-0. Aber wir sind, soll er mal sterben. Keine Ahnung, das ist halt. Das ist jetzt hab ich alle Kölzen, die so viel mit der, der Lüge gemacht. Nice. Oh Gott, ich hab die T-Mate voll abgeballert, ey. Ah, was ist denn los? GG. Ah. Oh. Da holt er aber die UMP raus. Oh. Oh. Alter. Alter, der hat die gerippt. Vier, Leute. Holy. Der hat die aber gar nicht richtig kaputt gemacht. Grippung auf Doom. Okay, jetzt können wir aber dick einkaufen, Wieland. Das sah so leicht aus, wie der das gemacht hat. Let's try it on. Okay. Ich kann noch mit der Smokin. High Flash long. Boah, ich wette, die kriegt die Kacke, die Smokt auf der, auf kurz. Kann ich durch? Durch den Smokt oder ständig? Oh mein Gott, war das schlecht. Oh. Warum? Warum hab ich das getan? Alter, ich wusste doch, dass der hinter der Ecke ist. Warum hab ich denn keinen Nate geworfen? Ich trottel. Ah, sorry. War der, der hinter der Ecke hat richtig Glück gehabt. Ja, richtig dumm mit der Pistole, weil ich nicht nachgeladen hab. Alter, der hat ein Messer. Irgendwie so ein Jagdmesser mit StatTrak. Holy shit. Die sind richtig viel wert. Was macht der denn? Der guckt auf den Boden. Ja, ich weiß es nicht. Ich will nicht alleine nach vorne, wenn der hier noch chillt. Pass auf, der kommt wahrscheinlich über Short. Short oder Mitte? Oh, der ist Mitte. Warte, warte, warte. Oh, Wieland im Flash. Dieser Wieland, Alter. Oh, so ein Boss. So ein Boss, der Wieland. Sehr gut. Ah, schade. Boah. Das war auch lucky, dass ich den da getroffen hätte. Ich hätte auch... Let's try it again. Long. Alright. Yeah, I will smoke. Long. Alte. Alter, was ist denn mit ihm los? Der Helium, Mann. Das war aber der Spray of Doom. Irgendwie funktioniert langt aus oder besser. Oh, sorry, das war ich. Der hat ganz wenig Leben noch. Hab einen. Bin nur Pister. Oh, fuck, geflasht. Ja, war grad noch nie. Oh, nice Wieland, Mann. Ich soll sagen, wir bereiteten mir grad deutlich mehr Folge als Kriegerblätten. Wer soll nicht wie so. Ja, keine Ahnung, das ist halt echt super lustig, ne? Ja, das macht einfach... Vor allem, wenn du so ein Noob bist, merkst du halt noch so eine richtige Steigerung, weißt du? Ja, genau. Das ist halt richtig geil, ey. Ich mein, gut, ich bin auch nicht in LOL gut, aber da merkt man halt die Steigerung viel extremer, weil Counter-Strike, find ich. So an die ersten Runden, denke... Boah, da können wir das nicht durch. Ah, das ist dumm. Ne, das ist dumm, da gehen wir nicht durch. Ja, ich hab noch ne Smoke für die Mitte. Werft den da. Oh, die geht viel zu weit. Oh, ne, jetzt, perfekt. Warte, ich werde den flashen, oder ja, ich gehe einfach hoch. Der steht, glaub ich, on-spot. Ja. Wo steht der? Der steht on-spot. Warte, ich werde mit Granate rein. Der steht immer noch hinter der Kiste. Der ist tot, der ist tot. Ist der verbrannt? Das war der Vengeance-Man. Das war der Vengeance-Man, der ist gestorben. Pass auf, der kommt überschort, glaub ich, einer. Ich hab der Karte mit Granate hochfliegen sehen. Ah, okay. Ich glaub, der letzte ist Mitte. Der plantet von uns. Fuck. Oh, yeah. Der hat den nice gekehlt, dieser T-Eagle. Oh. Nein, ich... Ah, da wollte er, da wollte er, weil er jetzt den... Der hat ne Arbe, ne? Oh, der V-Land, ey. Was ist mit dem Jungen los? Killer aim heute. Der V-Land ist on fire. Ah, ich denke das schon. Der V-Land ist gut drauf. Ja, ich hab mir zu meinem Bildschirm aufgestellt. Wie? Für Weihnachten. Der kommt genau um 24. An, wenn ich Bild hab. Ah, nice. Der hat ziemlich nice. Was hast du für einen bestellt? Ähm, Asus, V, G, 2, 4... Irgendwas, QE. Die haben immer so geile Bezeichnungen, ne? Ja. Das ist richtig geil. Alter. Da war unser Aim aber richtig bad, oder? Ja. Oh, ich hab meine Lieblingswaffe. Was? Ah, hier. Wir haben vier. Ich hab halt immer, wenn du da rauskommst. Der steht rechts. Da steht ne Order. Hinterb smoke. Hinterb smoke. Rechts. Rechts. Hinterb smoke einfach. Pass auf. Kacke. Habe ich schon. Oh, der kommt mit. Der kommt mit. Pass auf. Rampe. 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 Pass auf. Ja, nice. Ähm, mit dir. Puh. Alter, der Heliummann steht 0,6. Das bestimmt genauso ne gute Runde, wie ich. Weiß nicht, irgendwie klappt A immer besser als B, hab ich das Gefühl. Ja, irgendwie. Das ist, finde ich ja auch. Können wir es nicht. Hör doch mal B gehen. Let's go B. Bei B ist man halt übel auf dem Präsentierter, dann dieser hässlichen. Keine Ahnung. I flash, then we go. Wir sollten da nicht rein rushen, ich weiß nicht. Ich hab halt eine Arme. Die sind hier nicht. Was ist der? Doch, einer ist da. Bin drin. I'm on the spot. Der ist einer. Der ist hier. Oh, der ist hier. Boah. Holy shit. Oben ist noch einer. Boah, fuck, alter. Ich kann nicht mehr rauskommen, ich hab zu mir nicht leben. Ich tue Cutters. Aber das haben wir eh. Ja, da hab ich sie abgerippt. Vier Leute. Ah, das war meine Runde. Und ich hab auch noch die M4 geholt. Nice. Jetzt bin ich an dem Moment an, wo ich zu viel Geld hab. Ey, man hat nie zu viel Geld, ja? Du kannst nicht über 16.000 haben. Ja, weiß ich auch nicht. Im real life geht das auch. Ja, gell? Nur im real life hat der WLAN keine 16.000. Nee. Da ist auch noch weit weg. Ich glaube, die kommen hier an 100 pro Meter Arme. Nee, doch nicht. Oh. Da steht einer auf dem Spot. Ich weiß nicht, ob der nachher war. Hab den. Der auf dem Spot ist in die B1. Von wo? Ich glaube, der steht im Smoke drin. Boah, alter. Sorry, ich war zu langsam. Der hätte ich kriegen können. Du. Textur. Kannst du shut up, please? Oh, ich mute dich. Der steht short. Ja, ich blende mal. Textur short? Okay, ich mute dich. Nee, ich wollte eigentlich mal anschauen. Oder nein, lass mich. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Da ist der 12. Hauptsache 0,7, weißt du? Der kommt. Rampel, 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 rampel. Alter, der wusste sofort, der ich da bin, ey. Holy shit. Lol. Gib dir ihm erst mal einen Schuss. Kacke, Mann. Warte, ich muss dir noch noch... Welcher war das? Der Helium, Mann. Der Helium, Mann. Das ist ein übelster Boy, Mann. B hat halt gerade gut geklappt, ne? Weil, wenn du zu oft A gehst, erwartet halt keiner mehr, dass du B gehst. Smog auch mal in Mitte. Dann könnt ihr aber in Mitte gehen. Steht keiner. Nice. Wo ist der? Hallo. Pass auf, rampel. Da holt er die Zeus raus, Alter. Oh, Gott. Alter, dass ich den gerade nicht getroffen habe, ist entwürdigend. Guck mal, wo er steht. Der Helium, Mann. Er stirbt. Ah, Gott, dieser Boy, ey. Er kommt wahrscheinlich direkt vor dem Produktiv. Ich glaube, ich reporte den mal für... Beta, hier. Na, wie heißt das? Missbrauch des Sprachchats. Der stirbt hundertprozentig jetzt. Hauptsache in der AWP-Redline, ne? Das ist wirklich. Hat er den da gesehen? Der kommt gleich raus und geht weg. Der hat immer noch 30, ne? Der muss raus. Oh, Gott, dieser Boy. Aber das hätte ich gewinnen können, indem ich den gecilt habe. Ja, ich hätte ja auch besser spielen können. Ich habe auch nur einen mitgenommen. Ich smart mal Mitte. Ich hätte auch die Zeus nicht rausnehmen sollen bei dem Kampf. Das war auf jeden Fall... Das hat er auf jeden Fall Swag. Das muss ich zugeben. Ich hätte mich halt mega gefeiert, wenn ich dann hier aus dem Filter bin. Um überfliegen. Smoke ist Mitte. Ah, also Double Smoke. Wir haben da keine Wissung. Schießt er einfach durch, oder was? Ja, das... Oh, den habe ich richtig schon rasiert. Ah, komm, ich war da auf den Kopf. Shit. Ah, der ist Rampe. Der steht am Spot. Hinter den Kisten. Was hat der? Der hat noch volle Leben. Boah, hast du gerade die Granate gesehen? Boah. Boah, Alter, wie das immer leuchtet, wenn man geflasht ist, ey. Ich habe einen Flashback. Alter, der T-Eagle-Celium, Mann. Sieht der den nicht? Der ist rechts. Der steht da. Oh. Das ist ein... Shark. Burn! Ich glaube, der rennt. Der steht... Pass auf, der steht da. Der steht... Der kommt. Nice, Mann. Sehr gut, der Wieland. 18-4, Alter. Was ist da los? Der ist hier, der Carry. Muss schon sagen, ey. Aber ich muss sagen, jede Runde, die ich positiv stehe, gerade auf Tee, ist eigentlich gut für mich. Weil mit der AK ist mein Aiming einfach so bad. Wirklich. Ich verstreu da so heftig rum. Die AK ist halt wirklich, da musst du. Also ich schieße immer nur einen Schuss. No, ja. Ja, als einen Schuss bergzeit schieße ich da nicht mit AK. Der hat einfach mal... Alter, klar. Dass der mich da killt, das macht keinen Sinn. Mann, so ein Scheiß. Wie lang ist das? 109, die zwei Treffer. Boah, dieser Zaplos-Brockbeist auch mit der UMP-Sprite. Der hat's auf jeden Fall... Der hat die UMP raus. Alter, der hat's aber richtig raus, oder? Heftig. Der steht auch fast zu dir. Also von der her, obwohl wir sind nicht alle relativ nah beieinander. Bis auf der Tee Eagles... Ah, der ist weg. Lol. So, der ist... Der Heliumman hat das Spiel abgehoben oder Strafzeit für das Wettkampf-Matchmaking von sieben Tagen erhalten. Ganz ehrlich, das bestätigt echt alles, was der vorher gemacht hat. Nice made to God. Na komm, ich will nämlich auch ein Rage-Quitten. Obwohl, zwei Bots sind doch ja nicht besser als die. Ja, ne, das wird ja nicht besser. Das ist einfach... Was ist denn da, ey? Der steht einfach... Der flamet einfach rum und lief dann. Ich wirst dir ein... Wissen, ob man dem Bots irgendwelche Befehle geben kann. Ja, kann man. Mit Z oder so. Ne, nicht mit Z. Mit irgendwas kannst du da hingehen. Boah, der andere hat... Boah, lol, ey. Der rasiert aber auch hart, Mann. Nicht schlecht. Weil zum Beispiel würde ich... Auf der Tee-Tee-Seite würde ich dem Bot gerne sagen, dass er einfach in der Base stehen soll. Ich glaube, mit T oder mit Z oder so geht er. C. Äh, Z. Ja, Z. Mit Z. Z und dann drei. Der kann ja mit uns rumlaufen, der Bot. Da habe ich drei ins Chat geschrieben. Oh Gott. Aha, fuck. Guck mal, Foto. Selfie! Boah, dieses Smoke. Ich habe keine Waffe gekauft oder habe ich die weggeworfen? Ah, der hat echter gekämmt, ey. Ich wusste doch, dass der da hockt, ey. Das war so klar. Care, he's on the right. Right side. Wenn du rausgehst, direkt rechts, ne? Der ist hinter der Wand. Oh, da pustet keiner. Oh Gott. Das hätte ich beinahe gerippt. Das hätte ich beinahe gerippt, ey. Der steht immer noch rechts. Pass auf. Care, he's the right. Right side. Nice, man. Good job. Oh. Oh, Wieland! Nein! Wieland! Was war da los? Ich habe richtig rumgenoobt. Ja, ich habe das aber auch mit AK. Wenn du in so richtig Infight bist, ne? Du hast manchmal so Kack-Aim dann. Kannst du mir eine Waffe drohen? Ja, AK? Ja. Ein bisschen. Merci. Ich glaube, wir sollten mal B gehen. Ja, lass mal B gehen. Der Bot. Rängt ab. Der Bot, den kannst du echt nicht kontrollieren. Das ist echt dumm. Wollen wir da trotzdem durch? Ne, lass uns über die Mitte gehen. Naja, unser Bot kommt auch schon. Alter, ich habe den angeschossen. Ich bin gerade schon wieder. Der Bot geht mal vor. Oh Gott. Oh! Über uns, oder? Ja. Fuck. Boah, das ist, wenn man sich nicht mit dem Scheinchen noch mal hin soll. Dann kann ich auch keine Zeit mehr überwürgen. Alter, die gehen aber auch krass ab mit der UMP, ne? Jedes Mal sehen die einen so krass mit der UMP weg. So, letzte Runde. Kannst du mir noch mal was kaufen? Ja. Was willst du? Kommen wir mal eine UMP. Ich probiere die jetzt auch mal aus in der letzten Runde. Ah, ich habe dir jetzt eine SG gekauft. Okay, auch gut. Ich kann dir aber auch noch eine UMP. Ah, ne, ich muss die kaufen, sonst komme ich nicht hinterher. Oh, ja schön. Mit Stad Shrek. Mhm. Trick dich. Ich weiß nicht, ich muss, ich will bis weiter zu. Ah, der Hock da. Zwei Stücke lang. Die Hocken da. Nice, da kommt noch einer. Direkt neben der Wand. Direkt neben der Wand. Ja. Sehr gut. Ah, der Kommunikation ist in dem Game so goldwert. Ja, das ist richtig krass, Mann. Ich hätte überhaupt keine. Onsport steht keiner. Pass auf, rechts vielleicht. Der letzte ist Mitte angeblich. Der wird jetzt wahrscheinlich auch a short, wird jetzt wahrscheinlich weggerippt. Ich sage dir Bescheid, wenn der Short-Problem hat. Ja, stimmt. Du kannst ja bei dem schauen. Der kann sein, wenn der Spawn kommt. Der guckt short, der andere. Der hat eine Schrot, ne, der wird niemals durch die Lang kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der lang geht. Und wenn dann nimmt er eine Waffe von uns, ja, dann nimmt er eine Waffe. Aber mit der Schrot kommt er auf jeden Fall da nicht lang. Ja, der muss eh versuchen, jetzt was zu machen. Bringt er nichts jetzt noch rumzuhängen. Oh, Alter. Das ist der, sag ich doch. Okay, hier ist Onsport. Nice. Good job. Ja, ihr baute. Alter. Boah, zum Glück haben wir dich im Team, ey. 23,8 wie erhand. Also, ich hab, ey, am Anfang hab ich gedacht, der Loopfister wird uns alle ohnen. Aber irgendwie hatte der nur so eine starke Runde, hab ich das Gefühl. Am Anfang, ich schau, das halt selten. Ich glaub, ich geh B. Weil die meisten rushen immer B. Was ich letztens ganz oft gesehen hab, was mich richtig ärgert ist. Wenn man als CT nicht warten kann. Wenn du ein Team hast, das einfach dumm reinläuft. So wie, wenn man Team hat, das ist so viel wie der Bot. So hab ich am Anfang aber auch immer gespielt. Direkt weggerippt. Direkt ein Kopfschuss, Alter. In die Fräse. Kann sein, dass ich mitgekommen. Ich glaube, Mitte deckt keiner. Ja. Doch, unser Bot. Deck Mitte. Deckst du Cutters? Ja. Ich deck Mitte über Window. Ne, lass mal wieder lieber zu denen rotieren, weil die scheinen alle da zu sein. Die Bombe ist auch auf A-Long. Du kannst ja von Mitte auf Cutters, äh, von Mitte auf Kruz schauen. Die gehen Richtung B. Echt? Der Gombi. Da liegt die Bombe jetzt, oder? Hey, da lag da nicht grad noch die Bombe? Hast du die gar nicht gut schockt? Ich glaub, der will seine Pistole saven. Ach ne, warte. Der steht auf A-Long jetzt. Alter, dieses Heiden-Zieg-Spiel. So schön. Ist das sicher, dass der langsteht? Der ist ja, dass ich auch kurz an. Ne, der ist schon auch nicht gut. Okay. Wenn du Tab drückst, kannst du die Netze ganz anzeigen lassen. Tab, bei mir jetzt, macht Tab, äh, was ganz anderes. Ja, dann kriegst du das Gorbaten links um die ganze Welt. Na scheiße, war eigentlich nicht gut, aber egal. Ich hab jetzt einen 4. Eigentlich sollte man eher P90 holen und Kevlau und Helm. Alter, den ersten, den ich da katastrophal gesehen hab, äh, ich One-Shot direkt in den Kupp. Hacker, mach dein Skript aus. Was machen die denn da? Weil ich sich selber schon wieder töten. Hab einen, auf Toast. B. Oder jetzt war das nur eine. Jetzt ist einer. Oh, fuck, ich bin mega geflasht. Hab noch einen. Okay, der warst du ziemlich angehen. Ja, den hab ich schon ordentlich Hits gegeben. Alter, den, den hätt ich jetzt da jetzt nicht gesehen. Ja, den hab ich durch den Smoke gesehen. Denk, ich war halt hier rechts, da ging der Smoke eher weg. Guckst du Double Doors? Nur noch einen. Dann guck ich Cutter. Das, oh mein Gott, den hab ich, den hab ich grad richtig weggelackt. Den hab ich einfach nur weggelackt gerade. Ey, der hat ein Malbo mit. Wer? Keine Ahnung, irgendeiner hatte da ne Ballbrumme. Das sah jetzt zumindest so aus wie. Oh, da kriegst du doch viel. Ja. Gut. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus für uns. Obwohl wir ein wenig aus sind. Wie bitte? Du hast es auch mitgepickt mit umgespielt. Ja, find ich echt hässlich, aber find ich richtig so. Ja. Du meinst ja, MediaCraft, MediaCraft hat ja schon die ganze Zeit recht der Dingens gehabt. Aber warum pushe ich das auch? Ist schon gar nicht nötig. Das hab ich auch was so spät im Game gelangt, dass man hier einfach fürs Campen benohnt wird. Außer halt auf der Terrorseite. Ja, aber Terrorseite nicht. Aber Terrorseite heißt es einfach nur gerufen. Guckst du, guck dir mal Mitte. Mitte, 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 Mitte. Boah, ich brauch nicht. Alter, die stehen da im Tichis vornen. Zwei Stück. Einer. Der hat mir keine Ahnung. Oh, ich hab den Bot übernehmen. Nice. Was? Oh, shit. Oh, Leute, ich hab mich aber richtig. Ah, der ist B. Steht der Letzte. Das fände ich ein richtig geiles Feature, dass du einfach den Bot übernehmen kannst. Ja, aber der Bot stirbt halt die meisten Runden immer so vor. Ja, gut. Stell dir vor, das ging ja einfach bei League of Legends. Du könntest einfach mit den anderen weiterspielen, wenn du ein ARK hast. Ja gut, das wieso das gehen? Also, keine Ahnung. Das wär ja ein bisschen dumm. Da, noch zwei, drei Runden gewinnen. So muss die auch gehen. Aber irgendwie streng die sich nicht mehr an. Irgendwie, keine Ahnung. Manche Leute haben ab einem gewissen Punkt einfach keinen Bock mehr, hab ich das Gefühl. Merkt man auch. Und wenn sie dann wieder ein paar Runden gewinnen, dann haben sie wieder Bock. Oh, die haben in der Mitte. Die kommen aber nicht weit, wenn wir beide gut stehen. Ich deck Mitte. Ich deck Mitte über Window. Oh, da kommt einer auf. Katas ist einer. Warum hab ich denn jetzt keine Kanaten gekauft? Alter! Katas, der hat einen One-Shot mit der Abel. Ich hätte einfach keine Granaten dabei. Sonst hätte ich die Awe dazugebattert mit Granaten. Der wäre niemals an die Kanan gekommen. Na, ich wollte gerade einen Nähd schmeißen, das war richtig kacke. Bissin unlucky. Guck jetzt zum Beispiel, würde ich den Bot gerne sagen. Bleib einfach bei uns. Deploying Flashbangs. Deploying Flashbangs. Deploying Flashbangs. Deploying Flashbangs. Wo sind die? Weiß ich nicht. Top A. Wahrscheinlich A. Ach so. 3 Shot. 3 Shot. 3 Shot. Shot ist ge-smoked. der gibt uns beide mit dem header einweg ja ich muss mich jetzt mal so klären erstmal dem bot sagen bleibt zusammen nein ich sag dem bot diese position halten dann bleibt er nämlich da stehen und wenn ich draufgehe kann ich nochmal sparen sozusagen hey ich habe gesagt diese position halten das gibt es doch nicht 97 in zwei treffern mache ich dem ist klar mitte ist einer gott man kann ich sagen der hat sich nur meine waffe scheiße das war der den ich angehittet habe generell immer schlimm wenn es dann zu den runden kommt wo nur noch jeder awp kauft ich weiß nicht ich finde das ist keine waffe die alleine wenn du wirklich nur ein schuss vor allem wenn du ein spot hast wenn du ein spot hast dann brauchst du wirklich nur schießen mehr brauchst du ja nicht brauchst du nur sobald du ein süß schießen natürlich trifft er mich als ob junger der rost denn da bist du das raste die aber oder was ja ja mache ich nicht nur hat mussten kann nicht nur meine künfte angekommen ist ja ich guck mal dass ich vielleicht war schon die von hinten habe ich glaube die könnten noch stehen ja jetzt schleichen jetzt schleichen 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 wir hören uns sonst grube vielleicht grube ist keiner hab den mit der sniper sehr gut wenn ich jetzt keine waffe ich habe keine waffe ist das problem die haben bei dingels geplant oder ja ich glaub schon die rush noch nicht zu sehr ne die haben b geplantet echt kann ich die aber haben dann kann ich denen meine m4 geben das hätte man nicht machen sollen weil die haben die waren auch nicht b die waren a waren a what the fuck tatsache man weil ich habe die bombe denn gar nicht gehört aber die kaufen ja die kaufen das wird echt schwierig sonst echt sammeln jetzt irgendwie reißen das game dann komm mit vier leute a ist halt kacke ja geht schon einer ich glaub die gehen a ich glaub die sind a long wo sind die bitte war einer der steht noch im spawn mit der aber lasst einfach campen jetzt ich hab mich mit der a beweg alter wenn ich den jetzt nicht gekillt hätte na das wäre bitter gewesen sind zwei gegen zwei jetzt vor allem das schlimme ist ja er macht die alle mit der ump platte ich verstehe gar nicht ja wie macht er das ist wie macht er das auf so eine range das ist so unnormal das ist ja irgendwie krank der kann mega krass die zum spray kontrollieren wird UM wird es besser nach von Wo sind die? Alle langen? Alle langen. Lebst du noch? Das hat keiner durchsetzt auf Regenwaffe. To a long. Oh, genau in dem Moment sind die Waffe. Warum? Warum switcht man da die Waffe? Das ist so dumm. Das hätte der nicht machen dürfen. Das war übelst dumm. Wow. Einer steht a long. Pass auf. One is still there long. Lol. Steht der auf der Kiste? Oder warum sieht der den? Kann sein, dass der Ballon kommt, ne? Der ist kurz. Hä? Ich hab ja gesagt, einer war langbar. Ich hab halt gedacht, die stehen beides schon aufs Wort. Nee, 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 nee. Komm schon zwei Runden oder wenigstens eine werden wir doch noch schaffen, oder? Irgendwie geht das schon. Boah fuck. Der Bot ist halt super kacke. Ja, das ist übelst dumm, weil wenn du dann absinkst generell... Natürlich trifft er mich. Ja, ich sag ja, das ist übel nervig, dass die einen dort treffen können. Guckst du Mitte? Ja, aber Mitte ist halt die Awe, da hab ich gar keine Stücke. Die auch mal auf lang jetzt. Der Bot ist Mitte. Guck, keiner... Die sind kurz. Ja, der trifft mich durch den Rauch, weisse. 2 Leute, B und Cutters. Still on Cutters. One is going B, Spot. Alter, ey, die scheiß Awe. Ja, das war's. Du kannst nichts machen gegen 4. Ja, gegen 5. Aber das ist so dumm, dass wir den scheiß Bot haben, ey. Richtig behindert. Vor allem, weißt du, bei Terror ging's noch einigermaßen, ne? Weil wir zu viert auch noch ruschen konnten. Aber bei Terror, äh, CT, wenn da einer von denen nicht decken kann, ne, dann ist total dumm. Ist halt auch ne Terror mit. Ja, es ist übel nervig. Aber ich glaub trotzdem daran, dass wir die eine Runde noch schaffen. Dir auch. Wenn nicht, wäre natürlich super ärgerlich. Ja, aber ich mein, der eine Typ hat halt... Überleg mal, der ist für 7 Tage jetzt gesperrt, ne? Der kann 7 Tage lang einfach keinen Counter-Strike mehr spielen, ordentlich. Das ist halt richtig dumm. Deine Ahnung. Ja, wenn du einmal den Punkt erreicht hast, nicht, dass die nur noch Awe kaufen, dann ist echt Ripp. Da kommt man halt auch super schwer wieder raus. Ja, aber du kommst jetzt, kommst du immer schwer rein. Nice, ich hab den mit Awe noch gekriegt. Ich hab noch erstes bekommen. Das war ziemlich was gerade, ne? Der Bot kauft halt auch jedes Mal, ne? Das ist das Ding. Aber meistens kommt der Schroff mit oder irgendwie sowas. Hm. Keine Ahnung, also ich glaube, das könnte man noch ein bisschen... Das könnte man noch ein bisschen besser machen. Ha! Der Wichser. Ich hab einen. Ich hab noch einen. Boah, fuck die Granate. Da kommt erstmal keiner durch. Die Awe steht noch aufs Mitte. Da sind die da alle? Das sind die da alle? Nice. nice man sehr gut boys sehr gut manchmal diese aber was ich auch nicht so stimmt ist manchmal wenn du so sniper dwelle hast gehörst deinen eigenen schuss noch aber dem ja der kommt nicht durch ja es ist ähnlich wie bei lol hast du noch nie gehabt als er ist hier du schießt und stirbst im schuss und der schuss verschwindet einfach jaja es ist ein bisschen arg dämlich also der bord der pusten immer wieder kathos sind die nicht der bord ist gerade einfach hat das durch gerannt deckt einer mitte der krieg gerade die sind lang wir müssen die nicht pushen jacob sind die nicht und bei kathos sind die auch nicht die sind irgendwo sind die ich habe gedacht es wäre ein teammate das ist gerade so ich habe gedacht der typ wäre ein teammate und habe ihn ignoriert das passiert mir so oft bei den seitenwechsel ja saft die ja saft die saft Magst du mir die geben, die Awe? Ja. Neu. Triff mich nicht. Ja, natürlich gibt der mich jetzt nicht. Ach, verdammt. Leider kann ich mich da rüberwerfen, sorry. Ja, ich weiß. Ich wollte noch sagen, warte, bis der gekauft hat. Alter, natürlich trifft der mich. Man, 36 AP. Fuck. Fuck. Sind da die welche? Hm. Long. Long. Ich push. Ich push durch Cutters. Status. Deploying Flashbang. Ich hab die AWP. Oder eine. Ich weiß nicht, wie viele die noch haben. Bist du auch da? Von hinten? Ich bin hinten. Ja, gut, ich auch. Warte, ich nehme die AWP mit. Ich glaube, die sind schon Onspot. Ja, ja. Doch. Weil der steht in dem Dings drin. Wo? Der steht in dem Durchgang drin. Hinten noch beide Türen. Links. Links direkt. Ach so. Scheiße fucking Camper, ey. So eine Scheiße. Gerade. Ah, das Problem ist, wir kriegen keine Runde mehr, weil wir immer kaufen müssen. Ich spare jetzt nochmal. Keine Ahnung. Die sind irgendwie nur noch A. Keine Ahnung. Die sind irgendwie nur noch A. Ich muss mal A gehen. Die sind immer A. Ja, aber dann würden sie... Ich wette. So. Jetzt sind wir so. Dann gehen sie jetzt B. Egal, wir gehen jetzt mit dreimal A. Alter, der Scheiße Bot, ey. So nutzlos. Blank down Smoke. Wir sind B. Echt? Also Smoke ist auf B, ja. B. Ach komm, leck mich doch. Man, diese Waffe ist so dumm. Ich hasse AWP, man. Wirklich. Das ist so eine Noob-Waffe. Oh, ey. Ich finde das so nervig, dass du wirklich nur einen einzigen Schuss brauchst. Und der ist tot. Alter. Und vor allem, du schießt hier schneller als mit den anderen Waffen, weißt du? Das ist das Geilste. Ah, kacke, Mann. Wäre echt super bitter, wenn wir das Game noch verlieren würden. Also verlieren können wir eh nicht. Ja, ich meine unentschieden. Ja, da hat der halt mit OMP auf die Entspannung auch keine Chance. Ne. Du brauchst halt wirklich nur einen Schuss, ne? Mhm. Vor allem irgendwo hin. Ja, das ist das Dumme daran. Und wenn ihr die Seite sagen, ja, wenn ihr genau einen Fuß schießt, dann nicht. Ja gut, aber ich meine. Sobald der was anderes ist. Also ich finds, ich finds. Also ich hab ja gesehen, als ich mir die Waffen gekauft hab. Alter, der hat noch einen mitgenommen. Du siehst halt, die haben keinen Ehen, ne? Nur mit ihrer Kargabe können die spielen. Und nicht mal das hast du gesehen. Ja, also, keine Ahnung. Ich kann jetzt nochmal kaufen. Ich geh nicht nochmal durch die Mitte, ey. weg. Ich hab keinen Bock nochmal einen Schuss abzukriegen. Das ist richtig dumm. Wir haben keinen Kohlen, ne? Ja. Ich hab halt nicht mehr als eine Pistole. Ich geh jetzt auch noch. Die kämpft, der kämpft da sowieso noch am Spornen. Ja, ja. Das ist, das ist klar. Ich schmeiß mal einen rüber. Ja, guck mal, der Flash raus. Der kommt raus hier, 100 Por. Oh, ich hasse diese Waffe. Der steht immer noch da. Der kommt jetzt raus. Der kommt raus. Oh, man. Aber da ist noch eine der Laps, auf der man so kraft mit der Ava abgehen kann. Auf keinen anderen kannst du... Richtig dumm, man, dass den sein Maid einfach gelieft ist, ey. Ich mein, ich hätte auch besser spielen müssen. Ich mein, guck mal, du und der Subloss hat übel viele Kills. Ahhhh... Ja, das ist ein dummer. Egal, was warst du ein gutes Spiel? Ja, war nicht schlecht, aber... Ich weiß halt nicht, warum man lieft, ey, ich glaube, das ist dann einfach... Das hat echt ein übelstes Problem, wenn die liefen, hast du keine Chance mehr, ne? Wenn die zu 5 laufen und nur noch campen mit der Ava, hast du keine Chance, ey. Ich hätte ja auch nicht pieken oder pushen müssen, das ist das Problem, glaub ich, gewesen. Na gut, Leute, schreibt da in die Kommentare und dann sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, hau rein. Bis dann, hau rein.